Heyo, herzlich willkommen zu einem weiteren Raising Reacts, denn ich war auf Reddit unterwegs, im Star Citizen Subreddit, das ich sehr mag, das ich natürlich schon sehr oft hier in Videos zu Rate gezogen habe und ich habe zwei sehr spannende Beiträge für euch rausgesucht und zwar einmal ging es um, oder geht es gleich um, wo steckt CIG eigentlich die ganze Entwicklungszeit rein? Wo geht die ganze Manpower hin? Ist wirklich der Großteil des Fokus auf Squadron 42 oder nicht? Wir versuchen das mal ein bisschen daraus abzuleiten, aber zuerst geht es um Pyro. Kleine Sache vorweg, danke an alle die mich abonniert haben, das erste Mal seitdem ich aufgehört habe regelmäßig Content zu machen, so News und so weiter, sind meine Abonnenten zwar nach oben gegangen, was mich sehr erfreut, also vielen Dank an alle die mich abonniert haben in den letzten paar Wochen und auch an alle die mich noch abonniert haben und nicht deabonniert haben in der Zwischenzeit, also vielen Dank dafür an der Stelle auch, danke für die ganzen Likes auf die Videos. Es geht um Pyro, kurz zusammengefasst, dieser Post hier von VSM Ashford handelt davon, wie sich das Spiel durch Pyro verändern wird. Ich werde ihn jetzt nicht mit euch durchlesen, ihr seht Wall of Text, aber ich möchte auf einige Ideen aus diesem Post eingehen, denn das sind spannende Sachen dabei, natürlich. Pyro ist ein viel größeres System als Stanton, das System, in dem wir aktuell spielen. Klein, zivilisiert, überall sind Raumstationen, das wird in Pyro nicht der Fall sein und das finde ich gerade, das ist das Spannende und das beschreibt er auch in seinem Post. Man wird Raumschiffe nicht mehr sofort reparieren können, da wird nicht immer eine Raumstation in der Nähe sein. Man wird Raumschiffe mit kleinem Tank kaum benutzen können, ohne Support-Schiffe wie die Starfarer, die bekommt ja Refueling demnächst. Daumen gedrückt, noch ist es nicht in-game. Man wird also auch nicht auf Raumstationen zurückgreifen können, es gibt dort Raumstationen mit begrenzten Services, haben sie extra nochmal gesagt. Also da ist dann vielleicht, vielleicht gibt es da mal keine Raketen oder so. Wer weiß, deswegen auch Energiewaffen werden viel, viel wichtiger sein als ballistische Waffen, als Raketen. Das würden wirklich, auf einmal werden das von, ja ich ballere die Sachen raus zu, ich hebe mir die wirklich für die Notfallsituation auf. Also so wird sich das transpirieren im Kampf, ja. Es wird ein neues Metagame geben, natürlich, ergibt ja total Sinn. Wenn du da nicht überall die ganze Zeit mit kleinen Fightern rumfliegen kannst, dann werden auf einmal Langstrecken-Schiffe wie die Vanguard, also Langstrecken-Fighter, wesentlich interessanter. Und natürlich auch noch größere Schiffe mit noch größeren Tangels. Auf einmal gibt es viel mehr Sinn, auch mal sowas wie eine Carrack rauszuholen, mit drei, vier Leuten drauf, die Türme besetzt. Aber man kann immerhin Quantum-Travel mäßig und natürlich auch mit Unterlichtgeschwindigkeit quasi relativ, relativ gut einfach dann da mit so einem größeren Schiff auch verkehren. Das lohnt sich eher. Und natürlich, die Caracatta ist knapp dabei. Wir denken an die Anvil Liberator, die wird auch ihren Platz haben, denn natürlich werden Fighter nicht komplett aus dem Pyro-System verbannt werden. Aber Trägerschiffe mit Fighter im Verbund und Tanker, wie die Starfarer mit Fighter im Verbund, das wird eher die Norm sein. Und natürlich weniger Raumstationen, weniger Orte, an denen man sich einfach ausloggen kann. Man will ja nicht immer wieder über eine wesentlich größere Strecke von A nach B geschmissen werden, zu der letzten Raumstation, auf der man war. Man wird sich viel öfter auch in-game ausloggen. Das heißt, Betten auf Schiffen werden auch direkt wieder viel, viel spannender. Das heißt, wenn ich einen Fighter nehme, nehme ich vielleicht sogar sowas wie eine Avenger über eine Gladius, einfach weil die ein Bett hat. Ja, also das Spiel wird sich auf jeden Fall ändern. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Was mich besonders natürlich gefreut hat, ist, dass er erwähnt hat, vermutlich fliegen auch Spieler eher mal mit kaputten Schiffen durch die Gegend. Also wo die schon ein paar Schäden haben, die repariert wurden. Einfach weil man nicht überall repariert, sich reparieren kann. Also was ich jetzt mit repariert worden meine, war umgekehrtes Salvaging. Wir wissen, das erste Salvaging wird nur Halsscraping, also die Hülle auffressen quasi mit einem Strahler. Und umgekehrt wird man so dann auch die Hülle reparieren können natürlich. Und vielleicht sieht das dann ein bisschen geflickt aus. Also wir gucken mal, wie das dann tatsächlich visuell aussieht. Lange Tradingrouten für Struckerfeeling. Madin, auch sehr guter Punkt. Natürlich, da muss natürlich auch Profit drin liegen. Ich hoffe, das wird High Risk, High Reward. Endlich muss man mal seine langen Ausflüge planen, wirklich. Ja, aktuell, was plant man groß? Kommt natürlich auch drauf an. Werden die Handelsrouten endlich ein bisschen dynamischer, als sie aktuell sind. Aber auch davon mal abgesehen, man muss mehr Gedanken reinstecken. Welches Schiff nehme ich? Welche Eskorte nehme ich auch mit mir mit? Weil dann ist es halt wirklich blöd, wenn man einfach so eine riesig lange Strecke hat. Da ist das keine Sache von 10, 20 Minuten, die man vielleicht verliert. Sondern dann verliert man halt eine Stunde oder zwei Stunden Reisezeit eventuell. Eventuell, ne? Genaue Zahlen haben wir noch nicht. Aber Pyro ist viel größer, viel größer als Gendenten. So ist der Plan. Mal gucken, wie es wirklich wird. Pyro ist weniger zivilisiert. Es wird auch keine Comlink-Satelliten dort vermutlich geben. Auch ein Punkt, der angesprochen wird in dem Thread. Schaut gerne rein. Schaut gerne rein. Ist natürlich alles unten verlinkt. In der Videobeschreibung. Also das... Es wird eine spannende Angelegenheit. Ohne die Comlink-Satelliten-Piracy wird nicht überwacht. Wenn du ein Bounty bist, also nicht der Bounty Hunter, sondern derjenige, der gejagt wird. Du wirst nach Pyro flüchten. Natürlich keine Comlink-Satelliten. Du bist nicht die ganze Zeit auf dem Radar. Last Known Position ist dann der Jump Point oder so. Und dann bist du da natürlich verschwunden. Ist ein Piratensystem. Deswegen, das wird eine ganz neue Dynamik nochmal ins Spiel reinbringen. Auf die ich mich sehr, sehr freue. Die das Spiel vielleicht auch in gewissen Zügen langsamer machen wird. Aber vor allen Dingen spannender. Darum geht es mir. Deswegen wollte ich es hier erwähnen. Das ist doch eine Sache, auf die können wir uns echt freuen. Aber da können wir drauf blicken. Worauf wir auch blicken können, ist dieser Post hier von JDL Schor. JDL Schor. Vielen Dank auch für diesen Post. Er hat sich nämlich die ganze Arbeit gemacht, mal zusammenzufassen. Wo arbeitet, woran arbeitet jeder einzelne Mitarbeiter? Basierend auf dem Progress Tracker. Also sind offizielle Daten. Aber ist natürlich immer so ein bisschen zu sehen, mit Vorsicht zu genießen. Es sind keine offiziellen Werte. Aber vielleicht gibt uns das eine Annäherung, eine Anschätzung. Darum geht es mir jetzt auch hier. Ich will damit jetzt nicht sagen, das ist es. So, warum haben die jetzt hier die eine Person und da nicht? Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir um die generelle Idee. Wie sind die Prozentzahlen verteilt? Hier oben gibt es diese wunderschöne kleine Zusammenfassung. Auf die beziehen wir uns jetzt. Ich zoome mal ein bisschen ran. Fantastisch. Es funktioniert so groß. Ah, ist das herrlich. Jetzt mobile User. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt auch lesen, was hier steht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist euer Bildschirm auch winzig klein und ihr könnt es gar nicht lesen. Das tut mir sehr leid. Verlasst euch auf meine Stimme. Ich versuche die Zahlen richtig zu rezitieren. Squadron 42 schlägt hier mit 22,6 Prozent zu Buche. Das hört sich erstmal wenig an. Da ja der Hauptfokus von Star Citizen laut Aussagen von CRG seit einer ganzen Weile auf Squadron 42, dem Singleplayer liegt. Ist das so? Ja. Natürlich. 22,6 Prozent sind eine ganze Menge Leute. Und sowas wie AI, Graphics, Tooling. Das fließt natürlich auch alles in Squadron 42 mit rein. Also. Und auch Vehicles. Alles so. Das sind die ganzen Sachen, die auf beide Spiele übertragbar sind. Was nicht auf beide Spiele übertragbar sind, ist zum Beispiel Server Meshing. Braucht man logischerweise für einen Singleplayer nicht. Oder auch Quantum. Eine Wirtschaftssimulation braucht man die für Squadron 42. Kann sein, dass sie die auch dort verwenden. Aber wirklich brauchen tut man sie, glaube ich, da auch nicht. Sind aber mit Quantum nur 1,9 Prozent. Und Server Meshing 7,9 Prozent. Und Leute. 7,9 Prozent. Das halte ich für eine extraordinär hohe Zahl. Wir gehen mal hier runter. Hier. Man sieht 45 Leute arbeiten daran. Und das ist kein Problem, wo man jetzt sagen könnte, schmeißt da nochmal 100 Leute drauf. Und die Entwicklung geht schnippel, schnappel, viel, viel schneller. Das ist natürlich nicht so. Aber ihr seht, besteht natürlich aus vielen Unterkomponenten Server Meshing. Und Server Streaming, lustigerweise, nur eine Person gerade geplant ist. Das ist vielleicht wieder ein bisschen wenig. Aber da können nicht einfach unendlich viele Leute dran arbeiten. Da können nicht unendlich viele Leute dran arbeiten. Und dafür, finde ich, da arbeiten schon eine ganze Menge Leute dran. Finde ich natürlich sehr beruhigend. Finde ich sehr schön. Müssen wir aber auch mal sehen. Server Meshing ist nicht da. Ja, also noch nicht mal das Statische. Dynamische ist sowieso noch weit weg. Persistence braucht es dafür. Natürlich. Ganz viele einzelne Subkomponenten braucht es, damit wir endlich mehr Spiele haben können. Am selben Ort mit Persistenz und so weiter und so fort. Und da finde ich 7,9 Prozent ist eine ordentliche Zahl. Finde ich in Ordnung. Aber wir müssen natürlich auch sehen. Das ist jetzt sowas. Wir sehen den Fortschritt daran nicht. Diese ganzen Leute arbeiten für uns ins Blaue rein. Wir haben keine Ahnung, ob das schon funktioniert, wie, wann es kommt. Natürlich, CRG. Ihr habt den Shitstorm vermutlich mitbekommen. Ich nenne es jetzt mal so. Weil, um ehrlich zu sein, ja, doch, ich sage es jetzt auch mal so. Es ist schon frech, oder? Uns die Schuld zu geben. Wir machen zu viel Noise, damit die sich, also zu viel Krach, damit die sich auf die Entwicklungen fokussieren können. War doch eure Entscheidung, uns die Roadmap zu geben. Natürlich freuen wir uns dann auf Sachen. Und wenn die verschoben werden, freuen wir uns nicht mehr. Ja, ist das kein Versprechen. Ja, steht auch da. Creed. Die Roadmap ist nicht final. Aber uns jetzt die Schuld zu geben dafür, dass wir traurig sind, natürlich, wenn Salvaging 17 Mal hintereinander verschoben wird. Natürlich sagen wir dann jedes Mal, dann macht es halt wie jede andere Firma. Und sie haben ja selbst gesagt, das war ein Marketing-Tool. Und das war es. Das war ein Marketing-Tool. Nächstes Patch war so halbwegs zuverlässig. Alles drüber hinaus. Jetzt haben wir nur noch das nächste Patch. Ist gut. Ist, hätten sie von Anfang an so machen sollen. Anderes Thema. Aber wollte ich kurz einwerfen. Natürlich ist es. Ich habe ja auch ein Video darüber gemacht schon. Da war ich vielleicht noch ein bisschen netter. Habe ich noch ein bisschen netter formuliert. Jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen zugespitzt formuliert. Aber alles richtig. Wie gesagt, ich finde, die Entscheidung ist richtig, wie sie es formuliert haben, wie sie es mit uns kommuniziert haben, dass wir die Schuldigen sind als Community, als Leute, also die sie unterstützen, die sich freuen auf das Spiel. Ist schon ein bisschen frech. Naja, so viel dazu. Kommunikation war nicht immer CRGs stärker. Aber an sich bin ich froh, dass wir trotzdem jetzt sowas wie den Progress Tracker und die Roadmap haben. In der Form, wie wir es noch haben. So, also. So viel zu Server-Mashing. Aber hier stehen natürlich noch ganz viele andere Sachen drauf. Mit fast genauso viel Prozent wie Squadron 42 ist hier Pyro und Nix angesetzt. Und Pyro und Nix, die kommen vielleicht in Squadron 42 vor. Das Odin-System wird ja auch für Squadron 42 sehr wichtig sein und so. Aber Pyro und Nix, natürlich wissen wir als Spieler mit der Lamar, mit Pyro, das bald reinkommt. Hoffentlich bald mal sehen. Server-Mashing. Warten wir mal ab. Das sind Sachen, die auch eher in Richtung PU gehen. Beide natürlich, beide natürlich. Aber ich sage mal, es tendiert zu PU. Also, es ist schon relativ viel Fokus doch auch noch auf dem Persistent Universe. Hier Gameplay, wie gesagt, müssen wir mal gucken, was davon zählt jetzt eher zu Squadron 42, was eher zum Persistent Universe, was zu beidem. Ist ein bisschen schwierig rauszulesen. Aber 11% sind mit Vehikeln beschäftigt. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Ich mag die Fahrzeuge. Es geht da sicherlich auch viel um die Fahrzeuge-Experience, um Features, Vehikel-Features und so weiter. Graphics nur 3,7. Ist natürlich, das hört sich erstmal wenig an. Aber die machen eine gute Arbeit. Was soll man sagen? Also, wirklich. Gab jetzt erst das Star Citizen Live, wo auch sehr ehrlich über die Grafik geredet wurde. Also, fand ich sehr, sehr aufklärt. Eigentlich ist vielleicht nicht für jeden das spannendste Thema. War aber ein sehr gutes Star Citizen Live, muss ich sagen. Engine 2,1%. Quantum 1,9%. Ich glaube, die kommen, die auch Tooling. Das sind alle so Sachen, die interessieren uns jetzt erstmal als Spieler wenig, bis Quantum dann tatsächlich mal reinkommt. Quantum, die Wirtschaftssimulation, die NPC-Simulation im Hintergrund. Gucken wir mal, wenn es soweit ist. Wir freuen uns natürlich auf eine dynamische Wirtschaft. AI, da arbeiten natürlich die 4,2% an dem Coffee-Shop-Mitarbeiter. Und ansonsten nichts. Also, das war... Können wir da mal kurz drüber reden? Nochmal einiges... Uns ein Roadmap-Update zu geben, wo sie uns beschuldigen. Wir machen zu viel Kraft. Und dann das Erste, was sie reinpacken. Also, sie haben natürlich Sachen rausgestrichen. Und zum Beispiel die Halsey oder so. Und dann packen sie rein. Ja, wir machen einen Coffee-Shop-Mitarbeiter. Also, das ist... Das hätte... Also, ist gut, dass ihr dran arbeitet. Meinen Wegen. Das wird schon seinen Grund haben. Aber müsst ihr das draufschreiben? Und zwar in dem Fall vielleicht wirklich nicht so klug. Weil natürlich, die Memes, also, dass man das nicht sieht, als jemand, der diesen Post verfasst. Naja. Ich fand es herrlich. Da musste ich lachen. Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sie da dran arbeiten. Aber, Leute, wir wollen Progress. Wir wollen das Gameplay. Wir wollen die 15,8% hier sehen. Ja, Refueling. Ich freue mich drauf. Salvaging. Someday. Someday. Auch, also, mit der Reclaimer dann. Ja. Wollte ich euch auf jeden Fall hier mal gezeigt haben, meine Reaktion auf diese beiden... Reactions müssen ja nicht immer auf Videos sein, ne? Meine Reaktion auf die beiden Beiträge hier. Ich schaue nochmal kurz in... In den Chat. Mozart schreibt, arme CIG. Ähm, nee. Nee. Also, ich hate ja jetzt auch nicht an die. Es ist eine Firma. Es ist ein Unternehmen. Wir sollten es nicht als was anderes betrachten, als es ist. Sie bauen ein Spiel. Geil. Wir freuen uns auf das Spiel. Aber es ist eine Firma, die profitorientiert ist. Wie jede andere Firma. Wie jedes Unternehmen. Natürlich wollen die mehr als nur Profit. Vor allem Chris Roberts will vielleicht mehr als nur Profit. Aber letztendlich wollen sie Profit machen mit dem Spiel. Machen sie ja schon. Ähm. Es geht... Aber das ist das Gute. Es geht auch viel in die Entwicklung. Da sieht man ja einfach daran, wie groß die Studios sind, wie viele Leute dort beschäftigt werden. Aber wir müssen halt auch sehen, dass da Progress kommt. Ja. Dass das Spiel endlich mal... Wenn man sich mal anguckt, wie viele Features noch fehlen. Auch für den initialen Release, wie viel Prozent da fertig sind. dann wird man schon immer erst mal so ein bisschen... Uff. Natürlich. Viel Grundlagen müssen geschaffen werden. Aber da fehlt auch noch viel. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall richtig gehalten, weil das Xenophred-Event aktuell sehr viel Spaß macht. Es macht wirklich Spaß, Leute. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Deswegen heute auch der Streamtitel. Ich habe das Xenophred-Event unterschätzt. Ich habe es unterschätzt. Ja. Also für euch auf YouTube, ich mache vielleicht auch nochmal ein Video dazu. Schaut euch das gerne an. Ich hoffe, wir erleben richtig viel Action heute hier im Stream. Und dann vielleicht auch bei euch auf YouTube dann. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Gerne liken und abonnieren. Danke.